Mein Name ist Gerhard Hafner, Komponist aus dem Pongau und ich darf ein Werk von mir vorstellen, in dem zwei Instrumente durch die Instrumentalistin verschmolzen werden. Passend zur Zeit aus Zeit beruht der formale Aufbau auf den vier Tönen der Cello-Saiten und die Griffmöglichkeit der linken Hand am Gemshorn. Die Herausforderung dieser eingeschränkten Kompositionstechnik spiegelt sich in der akobatischen Spielweise wieder. Besinnen wir uns gemeinsam auf die Quelle des Ursprungs und die das Bewusstsein der Einfachheit bei dem Stück der Hohant Cello präsentiert von Julia Klaushofer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung des ZDF, 2020